moin freunde willkommen bei mir im garten heute wird gegrillt wir haben zwei stücke bauchfleisch wieso ich zwei stücke heute grille ich möchte schon echt lange so ein experiment mal machen ich möchte einmal steinsalz meersalz nehmen und einmal fleur de sel in meinem fall hier das pyramiden salz weil ich die leute wollen immer schön knusprige haut haben dass sie schön aufbaut also die schwarte ich habe die erfahrung für mich gemacht als ich das erste mal ein schweinebauch gemacht habe und kleinsalz genommen habe war die haut viel knuspriger und viel aufgepoppter und heute möchte ich einfach nur so ein experiment machen wie wird die haut wir werden das gleichzeitig auf dem grill packen wir fangen auch schon sofort an zutaten senf womit ich auch sofort anfange die unterseite von dem bauch oder von so einem schweinekrustenbraten hier mal ein bisschen die feuchtigkeit weg die bestreiche ich immer gerne mit mit senf denn da haften die gewürze auch schöner und wir haben vom senf immer so einen schönen geschmack wir haben einmal hier barbecue for champions schwein und wir haben hier eine barbecue for champions magic das da sind super gewürze die schön miteinander harmonieren mit schweinefleisch und das werden wir benutzen einfach hier ein schön überall senf nicht auf die schwarte nur die seiten die seiten so schmierst du ja auch deine butterbrote mit handschuhen genau genau so greife ich dann auch immer in die butter nein das ist handschuhe benutze ich sonst in der küche nicht aber wenn wir hier filmen und ich dann da kann ich ja nicht eben draußen an an wasserhahn so jetzt drehe ich die ganze geschichte um eine jetzt müssen wir erstmal pudern bevor wir es umdrehen ihr seht schon die gewürze haften sofort daran es gibt nicht viel verloren und ich sag es auch immer wieder lasst die ganze geschichte macht das am vorabend denn dann können die gewürze schön noch ins fleisch ziehen da ich das aber gerne ich muss das mal öffnen größer da ich das aber gerne zeigen möchte kann ich das nicht am vorabend machen so erstes stück haben wir gepudert das nehmen wir hier das ist das gleiche ist einmal schwein und einmal magic das magic das kennt man eigentlich wenn man halt pullet pork macht oder wie das auch immer sich schimpfte viele leute sagen ja du sprichst das falsch aus ja das ist gezupftes fleisch schweinefleisch so hier einmal kommentar von dem wasserkocher ich weiß nicht wer es war aber es gibt immer ein der halt was auszusetzen hat und aber da lassen wir uns nicht an stören wir machen unser ding so jetzt habe ich sag die hände sauber jetzt nehmen wir hier einmal das pyramiden salz übrigens lieblings gewürz mein meines kleines sohnes wieso ich denke dieses dieser effekt dass die haut besser aufpockt ist die flocken das müssen wir jetzt überall hier zwischen rein reiben erstens haben wir dann schön beim beim essen noch das crunchy salz noch wenn sich das nicht komplett auflöst und zweitens hofft das schön auf es gibt verschiedene methoden so ein schweinebauch cross im wasser im salzwasser einlegen mit der schwarte oder 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 wir machen das halt hier mit dem mit dem salz und das hat bis jetzt immer super geklappt so und hier werden wir jetzt das salz nehmen das steinsalz wir sehen hier haben wir halt so schöne flocken die auf der zunge auch zergehen und schmelzen aber wenn wir so ein salzkorn auf die zunge packen da zergeht nix und ich vermute vielleicht hat da jemand eine wissenschaftliche ahnung und hat sich damit mit dem thema beschäftigt dann schreibt mir das bitte in die kommentare würde mich interessieren ich vermute dass die salzsteine oder die körner einfach zu grob sind und die können das wasser nicht so raus ziehen aus dem fett und aus der schwarte und deswegen habe ich die guten erfahrungen gemacht dass das besser auf poppt wenn wir fleur de sel nehmen also salzflocken so das haben wir jetzt gemacht ich hoffe es ist über was reingekommen ja sieht so aus so und jetzt machen wir die ganze geschichte auf dem grill grill sport live hier ja viele leute lachen was machst du machst du sport letztens im werk beim werkstarzt sagt ja grillsport ja ich grille eine schale und jetzt kommt da immer schön bei so einem schweine krusten warten beim schweine krusten warten oder beim beim schweine bauch bier das verdammt schön und gibt noch ein schönes aroma das ist echt schon assi von dir können wir nehmen so also eineinhalb liter fläschchen kommen da rein und eineinhalb liter fläschchen zum snacken guten halben liter tun wir bier rein zu einem kann das fett schön abtropfen und die fleischsaft und landet nicht überall im grill zum zweiten verdampft das und gibt noch ein schönes aroma ab als kohle haben wir holzkohle heute schon vorgeglüht jetzt werden wir einmal hier steinsalz thermometer und ab dafür indirekt moment du musst noch ein bisschen rein das riecht schon so lecker und das zweite auch schön ein bisschen die mitte fleur de sel und schlaft schön bis in einer halben stunde und dann sehen wir oder schauen uns das ergebnis an ich denke mal so 70 grad 75 grad sollte es haben 78 grad wir schauen dann aber gleich also gute nach freunde fertig wir haben die temperatur von 80 81 grad und das reicht was ich gemerkt habe wenn wir so ich nenne das jetzt mal längeren also long job jetzt etwas länger gedauert als ein steak was für ein job ein long job das korrekt flat rate grillen genau sollten wir briketts nehmen und nicht holzkohle weil die verbrennt so schnell die mit der kann man nicht so lange arbeiten gut ich hatte jetzt keine briketts da ich habe einmal nachgekippt und zum schluss um ein bisschen mehr hitze zu bekommen habe ich noch die kohle von meister genommen und hier ist das ergebnis das lag ein bisschen zu weit das ist zu groß geworden aber es macht nichts ihr seht da die glut von den meist von der maiskohle ist ordentlich so wir werden jetzt beide mal rausholen schauen uns die stücke an was ich sagen muss beim bauchfleisch brauchen wir keine angst haben dass da irgendwas trocken wird auch wenn es mal ein bisschen länger drauf liegt weil das fleisch schön durchzogen ist so kommen wir zum ergebnis machen wir klopftest hier klopftest ich will das hier ist hier ist halt ein bisschen großer geworden und mehr auch aufgepoppt hier ist ziemlich weiß hier haben wir durchgehend ein schönes ergebnis das waren jetzt das ist das stück mit dem stein salz mit dem stein mehr salz also wir haben wirklich hier noch eine lasche kruste gleichzeitig die lagen beide auf dem auf dem grill hier haben wir halt echt große stücke also ich weiß nicht ob man das hört es ist nicht so die hat jetzt nicht so aufgepoppt wie ich das sonst beim krusten braten aber ich kenne aber da haben wir noch eine fettere schicht da kann das wasser noch besser ausgezogen werden aber hier sehe wirklich bei dem stück das lag halt wirklich sehr nah an der kohle jetzt zum schluss ist natürlich auch kross aber es sollte ja eigentlich gleichmäßig sein hier haben wir halt überall gleichmäßig und ich bin halt wirklich für mich der meinung dass diese salz flocken oder anderes fleur des selles besser ist für so einen schweine krusten braten oder für so einen schweine bauch um die schwarte knuspriger zu bekommen wir werden jetzt mal beide auch anschneiden um euch zu zeigen wie es drin aussieht bei 80 grad temperatur wird man die seite hier anschneiden also bei so einem schweine bauch machen wir wirklich nichts können wir nichts übergaren ihr seht das ist schön durchzogen hier ein bisschen fett hier ein bisschen fett und das ergebnis an sich ist bei beiden super groß nur halt es ging mir halt diesmal um um die kruste und ich muss sagen das ergebnis mit dem ich habe es mir jetzt anders ein bisschen vorgestellt es liegt aber an der kohle weil ich die zwischendurch zwischendurch die andere temperatur hatte aber wir haben sie halt wirklich kross und hier haben wir es halt lasch und das sieht man beide stücke gleichzeitig draufgelegt jetzt probiere ich noch einmal was soll ich zum knusprigen schweinebauch sagen einfach nur dass es lecker ist und es war einfach nur ein experiment für mich wir haben es gemacht wir haben es probiert ich kann jedem nur empfehlen nimmt salzflocken und nicht steinsalz und ihr bekommt ein schönes ergebnis an dieser stelle bedanke ich mich fürs zuschauen bis zum nächsten video bis dahin bis zum nächsten video Vielen Dank.